Kater hat eine 5 Das war ich aber egal Achso Wir müssen doch zuerst würfeln wer anfängt oder nicht? Ne deswegen Wir finken an mit würfeln erstmal Der älteste Kater Du darfst zuerst würfeln Damit du erstmal gucken können wer anfängt Ja Nicht so nicht schnipsen Du musst oben links Genau Und schütteln Ne 6 Ich bin dran Das kann ich schon fast gar nicht mehr überbieten Ja Kater war schon dran Ja Auch ne 6 Wer ist jetzt dran? Showtech Hier? Showtech und jetzt ist noch jeder dran Auch ne 6 Menschenskinder Das Spiel ist schon spannender Alter Flo Kater Kater ist gut bei sowas Ah ne 4 Kater fängt an Kater darf anfangen Kater darf anfangen Anstatt ihn herzuschütteln Und loslässt Wer hat welche Farbe Ne darf nicht raus Kater Nur bei einer 6 Aber Kater darf erst bei einer 6 raus Hä? Ja Weil der Name ja vor dem blauen Feld Nimmst du die blauen Das ist ein bisschen verwirrend gemacht Aber So ich hab rot angeklickt Mein Name ist rot Nimm die roten Figuren Was denn? Nimm die gelben Figuren Ja Dann nimm sie doch jetzt eine Farbe von der Hand Wieso bist du nicht weiß? Du hast weißen Namen Ja Ne aber Kater Ah Okay Sehr schön Kater du kannst nur raus am Anfang wenn du eine 6 würfelst Was weiß ich Habe euch ne Ja heute habe ich gleich mal gespielt Aber du darfst dreimal würfeln solange du keinen draußen hast Also du darfst noch zweimal würfeln Ich hab ein dreißeln hängen Du musst nicht lernen Was? Wer ist jetzt? Wer ist jetzt? Oh der muss ja erstmal kurz Der muss die erstmal kurz Ich hab ihn verstanden Da fand ich was er meinte Ja ich muss ihn kurz innerlich Soll ich jetzt weiter Du darfst noch zweimal würfeln? Ja darf noch zweimal würfeln 1 Und eine 3 So jetzt ist Der blaue dran Also Schwiebeln wir nicht Schwiebeln wir nicht im Uhrzeigersinn? Ja Doch ist auch im Uhrzeigersinn Ach stimmt Schwiebeln ist blau ja Du hast recht Ewig lange würfel und es kommt nichts weiter raus Na Ah Hina hat sich vorgedrängelt 5 1 5 Ah scheiße Aber was denn mit der Würfel so richtig schon gerutscht ist Ja Hab ich gesehen Moment War es schon dreimal? Ne noch einmal haste Hast du einmal wieder Wir müssen mal die Wir müssen mal die Die Lifthöhe Da wo dieses Männchen ist mit dem Gewicht ne Da kann man einstellen wie hoch er sozusagen das Ding hebt Anhebt Hörer machen oder das? Ja Würde ich machen Ja hab ich jetzt mal gemacht Test das einmal War das schon dreimal? Ja 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 Dann ist wieder der Short Deck dran Das ist äh Gibt's ne Bestrafung Gibt's ne Bestrafung für den Verlierer eigentlich? Nicht dass ich mir so Ups ja So Wow Ja siehste Ach siehste Siehste Ich hätte mal nichts sagen sollen Ich hätte gleich mal den Table Flip machen sollen Oh Oh Süß So Jetzt hier Meister Eder und sein Trupp Oh Würfel komm Oh Toll Oh Ups Also unten ist neins geworden Zählt das? Natürlich Was? Der Würfel ist vom Tisch gefallen Der Würfel ist einsinnig zum Schluss auf den Tisch gewesen Ja Oh oh Jetzt hat er 6 Jetzt kannst du es einem rausnehmen Zusätzlich Jetzt soll ich noch mal so füllen Und ne 4 Mit Adler Augen gucken wir schon Ob hier einer schummelt oder nicht Kann sein dass Short Deck nicht die einzigen sind die noch nicht rausgekommen sind Ey Short Deck Interne Competition ne Wer von uns beiden Verliert Krieg wird bestraft ne Die anderen beiden wollen ja nicht bestraft werden Doch Wir stehen da nicht so aus bestraft Ist uns egal Ja stimmt Der Verlierer wird bestraft Der muss irgend so ein Spiel spielen So Flo du bist Danke Irgendeine tolle bestrafung Lass uns Überlegen wir uns dann noch Ja Jetzt hat er endlich 6 Endlich Ja für Silber-Dollar-Games Ja Silber-Dollar-Games Stimmt Gute Idee Kater Gute Idee Kater Oh Noch ne 5 Ja ich weiß schon wo ich hin muss lieber blauer Spieler Ich kann zählen Ich kann zählen Bisschen zumindest Oh Karl schreitet voran Ja Short Deck geht schon mit der Maus immer genau darauf Der guckt schon was keiner schummelt Und 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 Ja Endlich Kater Würfelmann 1 Ich muss nur das gleich würfeln was Short tickets würfelt Würfelmann 2 Dann darfst du aber nicht mehr dreimal würfeln oder? Ne man hat einen draußen hast du nicht dreimal mehr Ne aber wenn er jetzt Wenn er jetzt Wenn er nichts draußen hat dann darf ich dann dreimal würfeln Na ok Außer lang ein Spielfigur da ist da verhalten und ich dreimal Ja ok verstehe Jetzt machen wir ja schon mal alle 1er Runde Der Helles Music Play tanzt wieder aus der Reihe Ja Bin ich überhaupt richtig rum gelaufen? Ja ich glaube schon Im Endeffekt wäre es auch egal wie rum man läuft Stimmt Außer du überlegst dir zwischendurch nochmal die Seiten zu wechseln Was ist das? Der brennt Ja Oh Warte warte Schürtek legen wir da daneben Oder oder? Geh weg Scheiße ich wollte den Schnipsen und hat nicht geklappt Ja Ja Mensch Kater Tut mir leid Kater Ja ich Das Spiel heißt ja auch Mensch ärgere dich nicht Aber ich ärgere mich Aber ich ärgere mich Aber ich ärgere mich Ich bin auch noch Verlierer Ach Quatsch Ey ich bin noch dran Das geht gar nicht Naja du musst den Vorderen wegfahren Den Vorderen ne? Ja 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 Alter ey Gibt's ja nicht Stimmt Dann musst du aber immer den Eingang freimachen Naja deswegen konnte ich ihn ja nicht setzen Weil ich bin 6 Und jetzt noch ne 2 Komm gib mir ne 2 Ich hab drauf gespuckt Ne Nein Aha dann ne 1 2 3 4 5 6 Aber du bist ja nochmal dran Ja Komm schon noch ne 6 Noch ne 6 Noch ne 6 Noch ne 5 Kannst ja auch suchen welchen nimmst 1 2 3 4 5 So Kater drauf jetzt wieder 3 mal Ja Ich steht auch genau bei Katers Oh ne 2 Sehr gut Und jetzt ne 1 Kater Komm Ne Keine 1 Kater Ja ne 2 Na ganz knapp Kater Siehst du dieses lustige Männchen was da das Gewicht hochhebt Oben in der Mitte Oben rechts Damit Damit kannst du ähm Die Hebehöhe einstellen Also wie hoch der Würfel gehoben werden soll Aha Das ist manchmal ganz praktisch gerade wenn du von oben runter wirfst Ah ich bin schon hier dran Ja Komme dich holen Für 5 Für 5 1 2 3 4 5 Ja dankeschön Danke für den Hinweis Shuttek wo ich hin muss Komm schon Komm schon Kater Ah verdammt Aber darf den mit dem nächsten raus zurück Komm noch ne 6 Kater Jetzt musst du den vorderen nehmen Dahinter geht der nicht Aber nochmal dran weil du freimachen musst oder? Ich glaub ne Ne Wenn er beim nächsten mal ne 6 Kater Muss er erst wieder freimachen Achso Achso Ich glaub es gibt das mit der Regel auch dass du freimachen musst Naja klar Ich dachte aber er darf nochmal werfen bis er freigemacht hat Deswegen Ja Keiner ein Cheater der Tom ey Ach ne der auch als 2 draußen Spannendes Kopf an Kopf rennen Jetzt ne 6 Kater Jetzt mal ne 6 hin Warte 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 Jetzt mach ich es aber richtig Der war fies, ne? Boah, noch eine 6. Alter, steht ja in. Äh, ich sehe das, Tom. So, und jetzt noch 1, 2, 3, eine 5. Und dann? Boah, Glück gehabt, ey. Warum wohl? Ich muss flüchten. Ne, 2, Carter. Ah. 3, 1, 2, 3. Bringt mir nichts. 1, 2, 3. So. Jetzt kann sich Carter bei einer 2 sogar aussuchen. Scheiße, stimmt. Aber man muss ja erstmal den Platz freimachen, von da. Schuldig, du musst den blauen freimachen. Achso, Carter ist dran. Das geht gar nicht. Achso, doch, geht. Hallo. Ich habe das gesehen, dass mein grünes Männchen da. Oh, der 4. Ja. Warte mal. Hm? Dante, hat er eben 6 Gewürf gehabt, dass er draußen war? Der war schon draußen. Der musste den Platz auch freimachen. Ja, der musste den raus. Achso. Was der mit dir? Deswegen, ich habe mich gerade... Ja, ich hatte mich gerade gewundert gehabt. So, jetzt kommt hier ein Superwurf. Das wird einer, eins, zwei, drei. Eine 5 wird das jetzt. Nein, das wird keine 5. Oh. Oh. Alter, was ist denn da los, ey? Auf der Ecke. Ja. Ja, danke. Ich möchte aber lieber hier würfeln. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, was mache ich jetzt? Na, ich bringe 1, 2, 3, 4. Ja, danke, Showtech. Ich habe... Also, Showtech ist auch... Der ist auch ein Fuchs, ne? Was kann das? Bei dem kannst du echt nichts... Nicht schummeln. Das geht nicht. Oh, hör auf, auf den Tisch rumzumalen, bitte. Ja. Ich dachte, ich gehe auf den Tisch rum... Äh, auf den Spielbett rummalen. So. Muss ich auf das Spiel konzentrieren. Uh. So, was brauche ich denn jetzt? Eine 1 wäre nicht schlecht. Hä, war Kata schon wieder dran? Ja, der ist hier hingefahren. Achso. So passt sie auf. Ja. Ich überhole doch nicht die beiden hier, das wäre auch lebensmüde. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 3, 4. Danke, Showtech. Hallo, das war aber nicht... Achso, vor kurzem. Äh, Fatsch, vor kurzem. Ach ja, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo man sich treffen musste für solche hochspannten und sich dann am Ende überlegt hat, gehen wir jetzt noch Fußballspielen draußen? Komm, jetzt eine 1. Ach, verdammt. Ja, das war nach Zeiten, wo man sich dann gegenseitig nachher auf die Fresse gehauen hat und so. Will ja nichts sagen, aber der ist dann halt alle 4 draußen, gell? Äh, du musst erst freimachen. Nein, ist keiner drin, da musst du nicht freimachen. Aber wenn einer noch drin ist... Ja. Warte, warte. Das muss ich jetzt genießen, warte. Äh, äh... Gibt es hier nicht irgendwo... Gab es hier nicht irgendwo eine Anleitung zu dem Spiel? Nee, ist wirklich so klar. Wenn du keine drin hast, musst du nicht freimachen. Du musst nur freimachen, wenn du welche drin hast. Ja, aber ich bin jetzt wieder dran, ne? Warte mal, was brauche ich denn? 1, 2, 3, 4... Bitte, eine 5, eine 5, eine 5. Ist sicher, dass du eine 5 haben möchtest? Nein. Eine 4 ist auch in Ordnung, Moment. Sekunde. Ziel, aber warum bitte nicht in die Richtung, wo die anderen Figuren stehen? Stimmt, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Jetzt marschiert der Tropfer, schottet er los. Jetzt würden wir nur noch sechsen. Äh, hallo, ich sehe das mit der grünen Figur. Ich glaube, es hackt. Komm, Schatz. 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 Wir wissen schon, dass Showtech dein Schatz ist jetzt. Jetzt ist alles raus. Showtech, wir sind leider rausgerutscht. Tut mir leid. Deswegen war Showtech das ganze Wochenende nicht da. Wir waren das ganze Wochenende auch nicht da. Ich war dann, und ich zu dem Zeitpunkt war du da raus. Wo warst du denn? Nicht bei Showtech. Oh, eine 6. Ich kann ja nochmal rüffeln. Jetzt mache ich riskant jetzt hier. 3, 2, 1, Risiko. Und das Schnipser-Tool. Ja, wird so. Geil. Man soll die Älteren ja nicht so rumschubsen. Ah, eine 6. Sehr gut. Endlich wieder was, was ich angreifen kann da hinten. Wenn du sonst keinen 6 hast, gell, wenn ich sind hier im Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Trau dich, trau dich, trau dich. Wer kommt denn da hinten noch? Ah, nee. Ach nee, einmal angefasst musst du einen Setzen. War das nicht so? Ja. 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 Jetzt, wo du es gemacht hast, ja. Ich merke mir das jetzt auch, ne? Oh, beinahe, es sind 6 Roten. Das ist ein bisschen hier ruhig. Zum Glück stand da gerade keiner. Oh. Der war knapp. So. Irgendwelche Gefahr für mich? Nee. Das sieht nicht so aus. Ich will dir was warten, bis der Rot und Blau sich ein bisschen verkrümelt hat. Was war das denn gerade? Mit 3 hast du gehürfelt. Der war irgendwie festgebackt. Nee, weil sein Finger da drübe ist. Ach so, okay. Der Finger hat eine Kollision. Ach so? Wusste ich gar nicht. Ja. Ich wusste es auch nicht. Warte, Finger weg! Finger weg! Finger weg! Dann schlag ich drauf! Hast du auch eine 3 gewürfelt? Hm, hat er. Ja. Das war aber so ein Kinderwurf, ne? Also wie du. Ich sehe da keinen Sinn drin, das Ding stündenlang zu schütteln. Stimmt. Nee, 2 Minuten reichen auch. Kann man eigentlich so auch würfeln? Das finde ich mal spannend. Oh, man kann auch so würfeln. Ja, ja. Das sind keine Pogo-Chips. Wer ist dran? Ach so, ja. Ich bin dran. So viel zum Mädchenwurf, ne? Ja, soll ich nochmal würfeln? Nein. Wenn du jetzt nicht zufrieden bist mit ihm vorfahren, mach mal 3. Nein, du, der ziehst seine 3 Felder. 1, 2, 3. Ach scheiße, dann kommen wir noch rot und blau. Karte. Karte. Ja, guten Morgen. Komm, ne 5, Karte, ne 5. Oh. Und er macht's auch noch fast, ey. Kopf an Kopf, Ränder, ey. Alle 4 Stück, da. Ja. Na, 1 bringt mir jetzt überhaupt nichts, weil einfach... ...hier das Typ da genau im Haus steht, ey. 1, 2, 3, 4. Ich weiß, wer jetzt ne 3 würfelt. Nein, du nicht. Och, ne 6 zum Glück. Sind du sicher, dass es zum Glück ist? Noch ne 6, oder? Er muss das Haus jetzt frei machen. Naja, aber er muss nur ne 6 würfeln, dann kommt er auch dahin. Scheiße, Mann. Geht mit euren Kinderwürfen da immer, ey. Darfst mich raushauen, Karte. Was? Nein. Ach so. Somehow, ja. Komm, fort. Hört auf, meine Männchen anzufassen. Ja, ey. Wird so Krieg? So, der Glut. Karte, du bist noch dran, ne? Karte, du hast noch mehr Sex gehabt. Oh, nein. 4. Oh, schade. Ich stelle die Rotation Snapping auf 90%, äh, 90%. Äh, ich will doch gar nicht so würfeln. Du hast dann ne 2 gewürfelt. Ja. Äh, du schnippst grad, du hast noch die Schnippsfigur drinne. Hab ich eigentlich rausgemacht, warum geht der nicht mehr raus? Du musst auf die Hand klicken. Wie mir den Zeigefinger hochzeigt. Ach, hier. Was hab ich 2? Ja. Ohohoho. Puh. Hahaha. Rumlech, warum lachst du mich aus? Ich hab mich nicht ausgelacht. Ja, aber das war ein glückliches Lachen, dass ich keine freigerutelte Sache. Ja. Du musst auf die Hand klicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017